hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft technik mit dem marco und dem superman und dem superman so lois wir wollten ja unseren recycler pimpen genau da waren wir das letzte mal stehen geblieben und jetzt habe ich das rezept gerade nicht hier drin und ich hoffe mal ich krieg sitze einfach so raus ohne ohne ach ich muss doch nachschauen das ist doch zum kotzen wie war es gewesen ach mann so simpel und trotzdem falsch ach so wir brauchen erst mal 10 k kulan zellen sehe ich gerade so okay alles auf zurück das heißt wir brauchen sind ob es hier wieder rein einmal 10 und machen ja erst mal ein paar ganz geschmeidige 10 k kulan zellen raus rips dann packt man die natürlich ja rein 80 sind wir nicht stecke will decke bill einmal zwei mal und drei mal und vier mal ja was haben wir noch so schönes geplant und zwar wir wollen moment passt alles wir wollen wenn unser unser recycler hier gepimpt ist wollen wir einen grinder bauen das zeigt man euch gleich mal und dann war haben wir noch was anderes vorzubauen so jetzt machen erst mal hier richtig schön die overclocker rein und das sieht natürlich schon besser aus jetzt rennen die mumu muschi schon etwas schnell 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 leer gut scrap 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 ah wir haben schon 46 scrap supi so quatsch mal gar nicht lang rum gucken wir gleich mal was wir alles für den grinder brauchen weil das ist auf jeden fall mal eine ganz böse hausnummer wir brauchen ja erst einmal advanced circuits das heißt wir brauchen erst mal wieder normale circuits das heißt wir brauchen kabel wir brauchen iron und hier haben wir noch normalen circuit und wir brauchen redstone und dann stellen uns erst mal ein paar her davon so was denn was denn los jetzt einfach und machen nichts mehr und jetzt was die quarry ist er die die magma engines und wenn ich jetzt hier komischerweise mit meinem range draufhauen gibt ein mensch zurück ins hat ein spinnige heute oder was wieso denn das was denn das von bullshit genau einmal redlock manchmal hilft so und marco marco ja mach du den müsste ich war jetzt hier unten gerade ja naja ich würde nur wissen ob der quarry läuft ich bin gerade im nether kann ich dir nicht sagen ob der läuft ach so so gut advanced circuits das heißt wir brauchen ein bisschen lapis wir brauchen redstone wir brauchen glowstone ach so jetzt würde ich noch mal ganz kurz schauen brauchen wir eigentlich alles advanced ich habe auch mal nicht ja hier brauchen wir ein elektronik das ist okay zwei elektronik brauchen wir okay dann schmeißen wir erst mal hierhin so wir brauchen lapis und wir brauchen close stone okay so dann kann man wahrscheinlich die acht stück sogar schon machen weil die wärmer definitiv alle brauchen so okay haben wir schon mal acht advanced circuits zwei elektronik circuits so und was bauen wir als allererstes wir bauen erstmal die pumpe das ist nämlich am einfachsten wir brauchen empty cells haben wir natürlich nicht wir brauchen eine maschinen block das war raffiniertes eisen ein tree tab ein tree tab eine mining pipe also brauchen wir erstmal drei tree tabs iron dann ein tree tab aber auch nicht mehr das ist ja schade okay dann bauen wir uns eben erstmal die wir sind irgendwie faktet gaming gerade hier übels arbeit ist so schlimm hey läuft gerade eine spitzer laufen soll das gerade problem hm der scheiß endertank will sich nicht füllen was der endertank fühlt sich auch nicht ne ne die leitungen sind voll die maschinen sind voll aber du fällst einfach nicht in die tank renn hm das ist aber sehr komisch das ist aber sehr komisch das ist aber sehr komisch kann ich mal der base gucken hinten wo der labertank steht da der kleine der wand ah jetzt fühlt er sich langsam auf mal alter also dann doch etwas geduld oder was können wir hm ach so da kriegen wir gleich mal acht stück raus na gut dann brauchen wir natürlich nicht so viel okay die zwei haben wir das haben wir das haben wir das haben wir haben wir alles mhm da 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 so haben wir schon mal eine pumpe das erste element fertig zwei advanced circuits schmeißen wir jetzt mal alles hier oben in die ecke was man nicht mehr brauchen äh was wir schon fertig haben was man dann später brauchen ein advanced machine block moment ist das ätzend darf ich die ganze scheiße alleine kräften da hilft mir nicht mal der sack der ist ja schon was machst du denn ich werde schon mal anfangen die machine casing zu bauen oh so carbon dann nicht wetzt oh leu meint achten carbon carbon haben wir auch gar nichts mehr meine was sind das von scheiß okay du machst hier gerade schon ähm ähm advanced alloy mixed metal haben wir mit sicherheit auch nicht mehr ähm m war klar dafür haben wir zinnplatten bronzeplatten haben wir auch nicht war das überhaupt bronzeplatten? ja gell jetzt muss ich schon mal ganz kurz schauen ob das noch anders möglich ist es geht halt auch nur über blades den scheiß nochmal an hier bronze, zinn, raffiniertes eisen warte ich komme äh blade bending machine die haben wir hier wo denn der tank hinten an der wand so boah was ist jetzt hier das problem aha die steckmaschinen sind schwer stehen geblieben ist der eimer hinten noch voll? ja deswegen kommt auch nix die maschinen brauchst du mal mit dem wrench ankloppen und dann? da ist ja lava drinnen ach so diesmal das ist halt die scheiß version da sind die noch nicht so intelligent die maschinen das passt mich an ja aber was ist jetzt das problem von den maschinen das verstehe ich nicht ja die bleiben einfach stehen wenn die nicht gebraucht werden die laufen also die die neue version dann laufen die auf 0,4 minecraft joule einfach weiter ach so die schalten einfach raus die scheiß dinge ja na können wir es nicht mit einem redstone signal lösen geht nicht die bär einfach stehen na enable low redstone control meinst du nicht wenn wir jetzt ein hebel hin machen dass sie dann anbleiben nein okay dann ist das blöd was macht man dann kacka du kacka du ich weiß es nicht du bist jetzt hier der lösung abreißen alle motoren heransetzen was abreißen und andere motoren heransetzen ja wäre auch eine möglichkeit wäre auch eine möglichkeit ja müssen wir halt mal schauen ich weiß es doch auch nicht ach wie war denn dies jetzt hier dieser kack ach so unten das sollte eigentlich erstmal reichen quatsch ich habe es schon wieder verpasst jetzt aha kompressor dann rein damit karbontechnisch hast du noch nichts oder ne okay okay das dauert ein stück können wir derweil das kaputt herstellen hast du hier kohle das draus genommen ja den hätte ich noch nicht müssen ja ach so ich habe gedacht er war für mich nee er war für mich wie konnte ich nur so dumm sein ähnlich so okay dann sollte das glaube ich auch in den kompressor wenn mich nicht alles täuscht ja so davon haben wir zwei platten das reicht auf jeden fall mal einmal das kann weg das kann weg das kann weg machen wir noch ein paar advanced maschinenblöcke wenn du schon dabei bist was ein paar advanced maschinenblöcke ja ja gesundheit ich mache ja gerade advanced maschinenblock meint sich kräft ihr aus langer weile carbon und advanced alloy der seit können wir von anderen benutzen ne dann muss ich halt noch mehr von diesem krims krams hier herstellen moment geht nicht schneller so weißt du was du machen könntest wenn du zeit hast wenn du zeit hast könntest ähm 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 mal bronzer platten machen bronzer platten so haben wir schon mal einen wie viel solchen machen von diesen advanced machine blöcken reichen drei mehr gibt es jetzt lieber vier habe ich nicht haben wir die ressourcen nicht gerade eben mal so festgestellt so also ihr seht schon meine uhr hat jetzt schon gepiept der part ist zwar noch nicht ganz abgelaufen aber wir werden es höchstwahrscheinlich in diesem part nicht mehr schaffen das ist das blöde an der sache so ok also zwei könnte ich jetzt noch machen ich bräuchte noch zwei mal advanced l also mixed metal in gott der kompressor bräuchte auch mal ein overclocker moment mal kurz die hier raus um hier mal ein bisschen geswindigkeit reinzubringen so lassen es mal kurz so durchschuben dem 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 die pump haben wir das haben wir das haben wir bist du beim mixed metal ingot macht nicht gut ok ja brauchst du die branche platten eigentlich so mixed metal ingot zu machen brauche ich die warum wo liegen welche hättest mir auch gleich das mixed machen können so schmeißen wir das noch ein kompressor rein wo ist es denn da ist es so ok jetzt haben wir schon mal diesen advanced machine block advanced circuit hammer das haben wir das machen ja dann machen wir uns hier mal an die ersten maschinen iron plates hammer die haben wir auch dann bauen wir halt mal den magnetizer brauchen wir maschinen block und iron furnace brauchen definitiv mehr iron sehe ich gerade so das war das falsch einmal kommen eine noch dann haben wir es doch danke macht doch mal so ich wollte eigentlich in diesem part mehr schaffen wie das bisschen hier so ich habe kein maschinen block hahaha kann man auf jeden fall mal noch zwei stück machen können gleich mal zwei zäune herstellen ach so aus einem kriegt man zwölf ja ist auch gut maschinen block brauchen wir einmal das zweimal dann haben wir davon auch noch ein sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut so ok dann würde ich sagen beenden wir hier den part erst mal wir sehen uns dann quasi im nächsten part wieder wenn es weitergeht den grinder zu kräften und ja ansonsten danke fürs zuschauen bewertet das video positiv wenn es euch gefallen hat bis zum nächsten mal tschüss